Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Sonntag, dem 5. Dezember, das ist der zweite Adventssonntag. Der Eröffnungsvers für die Heilige Messe heißt, Der Herr wird kommen, um die Welt zu erlösen. Volk Gottes, mach dich bereit, höre auf ihn und dein Herz wird sich freuen. Also der Freudensonntag ist eigentlich erst der nächste, aber heute klingt die Freude bereits an. Freude geht oft mit Erkenntnis einher. Die Dummheit ist keine Freundin der Freude. Und deshalb zweite Lesung, Paulus im Philippabrief, Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und jedem Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Also so eine verantwortliche und erwachsene Klugheit, die ist die Schwester der Freude, die uns Gott in Aussicht gestellt hat. Jetzt ein Stück Erkenntnis, was wir so gewinnen können, wird uns aus der ersten Lesung, dem selten gelesenen Buch Baruch, ein Anhang an das Buch des Propheten Jeremia, zuteil. Gott hat befohlen, senken sollen sich alle hohen Berge und die ewigen Hügel und heben sollen sich die Täler zu ebenem Land, sodass Israel unter der Herrlichkeit Gottes sicher dahin ziehen kann. Also das mit den Tälern und den Hügeln, das kennen wir aber mehr wie so eine Arbeit, die wir im Advent zu verrichten hätten. Bereitet dem Herrn den Weg und seht zu, dass er auf ebener Strecke zu euch kommen kann. Aber ursprünglich, dort wo das Bild seinen Ursprung hat, ist das anders. Da kommt nicht der Messias auf einem eben von Menschen mühsam vorbereiteten Weg, sondern das Volk Israel darf aus der Verbannung heimziehen. Und Gott selbst sorgt dafür, dass es einen guten Weg hat und gut einher schreiten kann und mit Freude und Gelöstheit wieder in die heilige Stadt zurückkehrt. Und deshalb auch das Verständnis des Evangeliums, das ist jetzt die dritte Lesung, Stimme eines Rufers in der Wüste, Johannes, Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden und alle Menschen werden das Heilgottes schauen. Also, dass Gott uns mit dieser Arbeit des Planierens nicht alleine lässt, das ist, glaube ich, ein Grund zur Freude. Er selber wird mit dafür sorgen, dass wir ihn willkommen heißen können. Sodass die Täler unserer Niedergeschlagenheit und die Berge unerledigter Arbeit, die vor uns liegen und uns schier zur Verzweiflung bringen können, gerade vor Weihnachten, dass wir die nicht nur als unsere eigene Aufgabe betrachten müssen. Nicht nur wir sind zuständig dafür, dass wir den Herrn richtig empfangen können, sondern er selbst hilft uns dabei, dass wir diese Hilfe uns auch gefallen lassen und wenn uns Erleichterungen zuteil werden, dass wir die auch annehmen können. Das ist dann wieder unsere Sache. Am 5. Dezember ist auch noch das heilige Arno zu gedenken. Erzbischof von Köln im 11. Jahrhundert. Kein Kölner von Geburt, also niemand, der zum Klüngel irgendwie gehörte, sondern er kam aus Pfullingen in Schwaben, das ist richtig weit weg, und hat in Bamberg seine Erziehung bekommen. Und dort aber zum heiligen Erzbischof in Köln, dieser schon damals nicht ganz einfachen Stadt, ist er geworden durch seinen überzeugenden Lebenswandel. Er hat gegen die Simonie gekämpft, also gegen die schändliche Sitte des Kaufs geistlicher Ämter und gegen die Habsucht des Klerus. Und das kann man nur mit Erfolg tun und mit moralischer Autorität, wenn man selber als Vorbild da vorangeht. Man darf nicht Wasser predigen und selber Wein trinken. Ja, der hat Wasser getrunken und konnte deshalb den Wein der Freude an seine Leute ausschütten und wird verehrt bis zum heutigen Tag. Arno von Köln. Gott segne und behüte Sie alle.